Hier Bilder aus Berlin-Lichtenberg. Dort hinten brennt ein Vietnamesen-Center. Die Rauchwolke ist mittlerweile kilometerweit zu sehen und man riecht es auch. Zurzeit gibt es wohl keine Verletzten und das ist gut so. Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Hier Bilder aus Berlin-Lichtenberg. Ein vietnamesischer Großmarkt steht in Flammen. Wohl ist es sehr schwierig, dieses Feuer jetzt in den Griff zu bekommen, so gibt es eine Meldung. Hier aktuelle Bilder aus Berlin-Lichtenberg. Ein vietnamesischer Großmarkt steht hier in Berlin-Lichtenberg in Flammen.